moin und herzlich willkommen zu 904 in rohstoff tagesausgabe der formation trader am dienstag dem 9 dezember 2014 und freunde der edelmetall nikolaus der ist nicht ausgefallen dieses jahr der kommt nur später denn beim blick auf die rohstoff liste sehen wir silber plus 4,4 prozent gold plus 2,2 prozent paladin plus 1,7 prozent platin plus 1,5 prozent das heißt deutscher meister champions league plätze uefa cup plätze gehen an die edelmetalle uefa cup geht an natural cars aber ui gibt es zwar nicht mehr aber egal ui cup geht hier ebenfalls an die edelmetalle und selbst die absteiger heute cool aerob gasolin und brand auch so um die ein prozent nach oben auf der bullischen seite wie kommt denn das eigentlich wenn sie unsere forex ausgaben auf unserer seite verfolgen dann wussten sie es dann wissen sie es dass der euro im bereich einer signifikanten unterstützungszone ist nämlich valide aufsteigende trendlinie seit 2010 hatten wir in den letzten tagen immer wieder ihnen gesagt dass diese zone um die 1 22 50 bis 1 22 eine größere unterstützung ist wir erwarten eine gegenbewegung beim euro und die schwäche die hier in den markt gekommen ist beim dollar hilft entsprechend den rohstoffen und insbesondere den edelmetallen soll ich ihnen schnell diese aufsteigende trendlinie zeigen warten sie schnell 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 hier eine berührung 2012 und dann geht es noch mal zurück einfach mal hier rewind zwei jahre und da sind wir hier bei 2010 aber fast forward machen wird es ein bisschen leichter indem wir hier hingehen so und dann sehen sie wir haben diese wichtige aufsteigende trendlinie und entsprechend diese bullische kai formation und da kommt auch diese bewegung in den markt wichtig ist bitte merken sich dass aus edukativer sicht sie dürfen nicht den fehler machen dass sie zum beispiel auf euro dollar schauen und sagt oh guck mal euro dollar im bereich einer unterstützungszone deswegen kaufe ich gold nein sie müssen gold analysieren und wenn sie dann etwas bullisches zum beispiel bei gold sehen dann können sie sich eine bestätigung beim dollar index oder bei euro dollar holen was sie aber nicht machen dürfen ist dass sie sagen ach guck mal jetzt steigt zum beispiel weiß nicht steigen die us amerikanischen anleihen also müssen die indizes fallen also schaut ich da die indizes das funktioniert nicht machen aber die kleinanleger ganz häufig dass sie meinen durch die korrelations geschichten könnten sie eine andere asset klasse train funktioniert nicht und ich weiß es deswegen so gut dass das die kleinanleger machen weil ich das früher selbst immer gemacht habe kann ich ihnen nur sagen korrelationen sind nur dafür da dass man eine bestätigung für das sucht was man in der eigentlichen asset klasse was man traden möchte findet wenn wir uns ganz kurz nur angucken schauen sich das an also über die stunde sieht man es noch schöner hier widerstandslinie da kommen wir genau daran und der markt scheitert daran machen wir hier diese gegenbewegung mit der 20 tagelinie fällt auf im moment hat ja der smp 500 jetzt wenn sie sagen smp 500 rohstoff tagesausgabe was will er jetzt damit zeige ich ihnen gleich hat was mit den rohstoffen zu tun der us dollar ist ja in letzter zeit positiv korreliert zu den indizes war früher anders im moment ist es so starker dollar starke vermeintlich stark großamerikanische wirtschaft also starke indizes das heißt der dollar wird wieder stärker die indizes werden wieder stärker die indizes der dollar sind ja im moment sehr klar negativ korreliert zu den edelmetallen insbesondere zu gold und wenn ich mir als angucke was die letzten stunden gold gemacht hat zumindest kurzfristig das muss nicht langfristig so sein sagt gold nie kumpels ich bleibe stark und das ist ein ausrufezeichen wir müssen gucken ob das die nächsten tage anhalten wird oder nicht jetzt ganz kurzfristig gesprochen ist das zumindest eine potenzielle stärke was wir hier im markt sehen können was wir miteinander besprochen haben wir müssen doch wieder den stunden chart bei gold rausholen wir hatten miteinander folgendes besprochen nämlich dass der markt hier in dieser bärischen bewegung eine potenzielle unterstützungszone gefunden hat bzw gebildet hat macht eine sehr starke bullische bewegung und geht wieder durch die 1200er marke nach geraumer zeit und schafft es auch dann diese trend begrenzende linie bullisch aufzulösen ist zurückgekommen und war dann damit im bereich der 200 stunden linie im bereich der alten trend begrenzenden jetzt trend unterstützenden linien deswegen hatten wir hier eine erste bullische position aufgebaut und gesagt der darf nicht mehr hier drunter fallen und das ziel auf der bullischen seite wäre dann aber auch hier im bereich von 12 40 12 45 das haben wir heute auch berührt gestern hatten wir wiederum miteinander darüber gesprochen dass das hier aussieht wie eine bullen flagge das ist die stange das ist die flagge und wenn wir das bullisch auflösen sollten spätestens über die horizontale 12 10 gehen sollten dass wir dann die anschlussbewegung richtung 12 30 erwarten das was wir miteinander besprochen hatten das ist auch passiert über unsere trägerliste was wir auf unserer seite finden hatten wir diese unterstützungszone gekauft markt position gehalten hier im bereich von 12 30 ein teilgewinn realisiert haben stop loss angepasst und jetzt möchte ich gerne sehen was in den nächsten stunden und auch am morgigen tag passieren wird und dann werden wir entsprechend unser stop loss wieder anpassen was man wissen muss ist ja das ist eine relative stärke was in den markt reingekommen ist und ja wir haben noch ein bisschen potenzial auf tagesbasis wenn man sich das so angucken möchte so in richtung 12 47 zu laufen gleichzeitig haben wir aber auch und das wussten sie auch und das wissen sie auch wenn sie unsere ausgaben verfolgen haben wir hier im bereich der 12 37 31 die 20 wochen linie potenzielle widerstandsmarke und dann haben wir diese trendlinie und bei dieser trendlinie ist es so sie funktioniert zwar technisch und im logarithmischen chart sogar auch sehr sauber was das hier angeht ich weiß aber nicht ob so viele leute diese trendlinie haben weil je spitzfindiger eine trendlinie ist je mehr ist so ist so ha guck mal was ich für eine tolle linie gefunden habe die kein anderer hat desto weniger funktioniert so etwas auch eher trendlinien die jeder erkennt auch jeder amateur tätert kennt die funktionieren am besten weil es ja ein massenphänomen ist und deswegen weiß ich nicht was ich mit dieser linie machen soll ob das jetzt wirklich eine widerstandszone ist oder nicht ist auch für mich untergeordnet denn wir haben wie gesagt 20 wochen linie ein widerstand und dann haben wir dazu hoppala haben wir dazu diese widerstandszone im bereich von 12 45 horizontal plus wir sind ja hier im bereich einer doppelten widerstandszone auch noch über die stunde denn wir hatten hier die obere begrenzung der bärischen flaggenformation woran wir ja immer wieder gescheitert sind hier ein bisschen weniger hier stärker hier wieder gescheitert da sind wir dran widerstand 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 und dann haben wir über die stunde eine trend begrenzende linie kriege ich das gezeigt das kommt vom juli also seitdem wir dieses zwischen hoch gemacht haben hier so damit sie es mal sehen können zu mir immer noch ein bisschen ran und ran so also hier widerstand damit im schatten da normal widerstand und nicht überraschend finden wir hier auch widerstand aber gucken sich mal an diese bewegung diese bullische so überschießen dass wir sogar zwischenzeitlich drüber schießen was bedeutet das jetzt das bedeutet dass hier definitiv keine zone ist wo man additiv als bulle hier in den markt reingehen möchte erstens das ist aber auch keine zone wo ich jetzt panikartig meine longs die ich hier bei f93 aufgebaut habe und mit drei prozent gewinn teil realisiert habe wegwerfen muss sondern stop loss anpassen und dann sich hinsetzen ganz entspannt in einer allerletzten reihe der bullen und sagen go 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 ihr schafft das und wenn die schaffen dann sagen wir ach wie toll dass ihr bullen die jetzt in den markt gekommen seid das geschafft habt und ich fauler bulle das nicht machen musste und wenn die bullen ist das noch nicht schaffen dann sagen wir kein problem dann nehmen wir für die zweite hälfte meinetwegen 200 prozent mit dann ist das ein super trade auf der bullischen seite so würde ich das persönlich das ist die art wie wir traden würde ich das hier aktuell handhaben ganz entscheidend dabei ist muss man auf jeden fall dazu sagen wir haben eine große bullische keil formation bullisch aufgelöst übergeordnet müssten wir eigentlich potenzial haben in richtung 12 75 zu laufen mit der 200 tage linie dafür musste aber erst mal das hier aus dem weg räumen wenn der das hier aus dem weg räumt dann eine größere wahrscheinlichkeit in richtung 12 75 übergeordnet bullisch dass der markt dann schafft die 1300 aus dem weg zu räumen eine haupttrend begrenzende linie ich hatte schon hier weniger stark eingezeichnet bullisch aufzulösen und dann zackertumski durch alles hier durchzugehen dass das der boden ist das sehe ich gerade hier im chart überhaupt nicht was ich ihnen vielleicht noch ganz kurz zeigen möchte bevor wir gleich auf silber schauen wir haben und ich hoffe dass das jetzt nicht zurückkommt das ist immer ein bisschen gefährlich wenn man anfängt so ein bisschen so anzugeben sagen hier guck mal was wir alles über die trägerliste nach zu verfolgen getradet haben und wie toll das klappt kann es einem passieren dass man dann in so eine drawdown phase kommt weil man dann naja zu viel ego in den markt reinlegt wir haben ja bei silber diese unterstützung gekauft sehr groß nach oben gelaufen haben wir teilen kein teil gewinn realisiert weil wir hier mittel und längerfristig was machen wollten ist ja den ganzen weg zurückgekommen am ende wir hatten es hier gekauft am ende haben wir irgendwie mit knapp ein prozent minus die position glatt gestellt dann war ich hier im urlaub konnten wir nichts machen kamen wir wieder dann kam ja diese bewegung das war bei den silberminen minus 20 prozent haben wir getradet dann haben wir silber selbst hier in dieser bewegung hier hochgetradet waren auch eine schöne bewegung dann haben wir hier ordentlich auf den kopf gekriegt da wir nämlich hier short waren da kam diese gegenbewegung und jetzt haben wir wieder etwas auf der bullischen seite getradet alles was ich ihnen sagen will ist ich persönlich muss nicht den boden greifen sondern ich kann einfach immer wieder auf den chart schauen und kann aus dem chart ablesen das wahrscheinlichere ist diese bewegung für wie lange ist diese bewegung wahrscheinlich ja okay dass die zielzone und wenn er da hinkommt dann pass ich den stop loss an und die versuchen immer wieder ein kleines stückchen küchel uns abzuschneiden und das nach hause zu tragen und die zusammen aneinander zusammen zu packen und wenn du ein bisschen glück hast dann wird das ein riesen stück es wird keine sahne tochter aber es wird ein riesen stück kuchen wenn man aber jedes mal sagt nein ich will nur die riesen sahne tochter jedes mal wenn man in marke will man die riesen sahne torte dann ist die wahrscheinlichkeit sehr groß dass es nur ein krümelchen gibt man wartet zu lange und dann ist der krümelchen auch weg und dann will man sogar was von einem haben weil man zu lange im markt drin war meiner meinung nach ist diese art zu handeln je nachdem was ihre zeiteinheit ist das wahrscheinlichere zu machen stop loss anzupassen und dann zu gucken ob die position in unsere richtung läuft oder nicht deutlich hilfreicher flanken kleinanleger als dass man all in an irgendeiner unterstützung rangeht und sagt okay ich habe jetzt meine unterstützungstorkäufe getätigt jetzt muss der markt aber auch steigen wenn wir auf silber schauen man muss sagen wir haben hier eine wichtige unterstützungszone es war hier widerstand hier unterstützung gehen wir noch mal zurück hier war es auch schon mal widerstand da war es auch noch mal unterstützung war auch noch mal hinterher ja ja hier hier auch noch mal widerstand das ist eine wichtige horizontale zone und wir haben sie mit volumen und mit einem reversal bestätigt deswegen ist auch die wahrscheinlichkeit nicht so groß dass wir kurz und mittelfristig diese unterstützungszone im bereich von 14 20 bärisch aufgeben sollten man muss aber auch dazu sagen mit dem was jetzt in den letzten tagen passiert ist sind wir auch weit weg genug entfernt das heißt bis da unten hin werden das jetzt schon wieder wenn ich nichts falsches sagen sind das schon wieder 15 prozent und ich habe ihnen immer wieder gesagt leute solche sogenannten panik kurse die innerhalb von zwei drei minuten zustande kommen die holt sich der markt immer wieder ab ich habe ihnen immer wieder beispiele dazu gezeigt und deswegen nach unserem dafür halten deutlich wahrscheinlicher dass der markt wieder in diese richtung kommen sollte in richtung 14 50 14 dollar als dass er die kraft hat die 17 50 aus dem weg zu räumen dazwischen haben wir bevor wir in richtung 18 laufen die 17 70 mit der 20 wochenlinie auch eine widerstand zone und dann haben wir die ganz große widerstand zone bei 18 dollar war anderthalb jahre große unterstützung ist mit karacho abverkauft worden die wahrscheinlichkeit dass die bullen jetzt durch alles durch und durch die 200 tage linie und durch die 19 und 20 und weiter laufen deutlich geringer als dass wir hier zwischen 17 50 18 dollar widerstand finden und dann der markt anfängt eine bärische gegenbewegung zu machen in einer kleinen zeitanheit gesprochen hatten wir gestern miteinander darüber gesprochen gehabt ja wir haben hier eine sehr starke bullische bewegung gemacht wenn der markt eine hauptbewegung macht dann sollte er das noch einmal auf der bullischen seite fortsetzen was ich ihnen aber nicht sagen konnte ist ob der markt jetzt sofort hier durchgeht oder ob der noch einmal hier gespiegelt diese fallende trendlinie nach unten ob er das noch einmal hier im bereich von 15 90 testen möchte bevor er die bullische bewegung macht wir machen es in einem und laufen hier schauen sich das andere trend begrenzende linie hier war es noch unterstützung dann wird zum hoppa lala dann wird es zum widerstand und da sind wir genau einer widerstand zone mit der 17 10 was eine horizontale marke ist kann ich ihnen vielleicht da mal zeigen hier war es unterstützung unterstützung abverkauft worden und jetzt ist das hier eine potenzielle widerstand zone die linien gab es schon vorher nicht erst nachträglich eingezeichnet und sie sehen der chart läuft da nicht hundertprozentig exakt ist aber eine dreifache widerstand zone bedeutet für morgen eher eine konsolidierung eher ein doji er vielleicht noch mal ein test der 16 80 und dann haben wir potenzial durchaus in richtung 17 50 17 60 zu laufen und dann kommt eine richtig große widerstand zone auf uns eher unwahrscheinlich dass die bullen das dann sofort aus dem weg räumen sollten heißt aber nicht wenn der hierhin kommt ich verkaufe den markt ich brauche ein setup der muss mir irgendwie zeigen dass es in irgendeiner art und weise hier auf der bärischen seite etwas vor hat und das sehe ich nur wenn er anfängt mir irgendeine trend umkehr über die kleinere oder größere zeitanheit zu zeigen und dann erst sind wir bereit etwas hier in diesem markt zu machen jetzt bin ich schon deutlich über die zehn minuten aschenputtel grenze und will eigentlich noch gerne in den great panther silver zeigen was nicht gut gelaufen ist will ihnen zeigen dass man palladium gerade auch wenn es potenziell stark aussieht nicht anfassen sollte und dann wollte ich ihnen eigentlich noch aus edukativer sicht ein fähig zeigen was man bei crude heute auf der bullischen seite machen konnte aber die zeit reicht nicht das vertagen wir auf morgen denken sie bitte daran leute es funktioniert nicht wenn man sich sagt okay weißt du was kommt jetzt einmal richtig große position und wenn diesmal funktioniert dann mache ich die richtig dicke kohle und dann mache ich meine verluste wett wissen sie auch warum weil wenn der markt in ihre richtung läuft dann ist es so er macht eine bullische bewegung sie sagen ja 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 super super dann läuft er ein bisschen ihre richtung sie werden total nervös und sagen oh gott oh gott oh gott jetzt könnte ich ja die gewinne wieder abgeben schnell alle raus schnell alle raus dann schmeißt man die position raus und der markt läuft zackertumski weiter in deine richtung ist die eine variante die andere variante du machst eine große position rein der markt läuft sofort gegen dich was macht man stellt natürlich nicht glatt ist gegen unsere natur wir kämpfen insbesondere wenn es richtig viel zu verlieren gibt also lassen wir es weiterlaufen 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 große positionen machen nur große verluste traden sie bitte kleine positionen dann können sie sie laufen lassen und traden sie wann immer sie traden mit einem stop loss denn dann werden die verluste automatisch realisiert ohne dass sie riesig werden können ich danke ihnen ganz herzlich für ihre aufmerksamkeit wenn sie mögen morgen vormittag tags ausgabe dann haben wir auf unserer seite die schriftliche ausgabe zu den volks ist silvius morgen unterwegs und er hat keine ausgabe für sie dafür schauen wir aber abends dann wieder auf die rohstoffe und auf das was wir heute nicht geschafft haben was bleibt mir noch ihnen zu sagen klar mein name ist habe das nachhari und ich wünsche ihnen dass sie hoffentlich alle 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 gesund bleiben und wenn sie mögen bleiben sie uns formationstäter und auch bitte gewogen